Vincent zehn Jahre behauptet, ich schaffe in zwei Minuten mehr Seilsprünge mit verbundenen Augen als die Boxweltmeister Regina Halmich und Henry Maske zusammen in vier Minuten. Vincent, Regina und Henry springen nacheinander jeweils zwei Minuten mit verbundenen Augen beidfüßig Seil. Wenn Vincent in zwei Minuten mehr Seilsprünge macht als Regina und Henry zusammen, gewinnt er das Duell. Klein gegen Groß, auf los geht's, los! So, ich sag dir die Zeiten an. Zwei Minuten hat er Zeit. Er springt da so rum wie so ein Pristoffhammer. Lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, weil er nichts sieht. Die ersten 30 Sekunden sind um, also noch anderthalb Minuten. Ein bisschen nach vorne, Vincent. Genau. Noch ein bisschen nach vorne, Vincent, wieder. Ja. Muss ich ihm auch ansagen, dass er nicht zu nahe drankommt. Bisschen nach vorne, Vincent. Noch, noch. Ja, noch eine Minute, Vincent. Ein bisschen nach vorne, nach vorne. Bisschen nach vorne. Nach vorne. Sehr gut. Ja, noch ein bisschen nach vorne. Ja. Noch zwanzig, nach vorne, noch zehn, tief, 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 tief! Vincent, ist aus, ist aus, ist aus! Hast du es geschafft? Die 400 geknackt. Wow. Sag mir zu meiner Beruhigung, dass du wenigstens ein bisschen außer Atem bist. Ja. Ja, okay. Ich bin erleichtert, ich bin erleichtert. Selbst die Zeitlupe sieht noch extrem schnell aus. Regina tritt als Erste an. So, such dir eine gute Ausgangsposition hier. Ja, vielleicht irgendwo in der Mitte, weil so wie ich mich kenne, werde ich ein bisschen wandern. Du bist bereit? Ja. Zwei Minuten für Regina Halmich. Auf los geht's los! Aber auch hier sehen wir sehr gute Koordination. Und man darf vor allen Dingen nicht vergessen, alle springen mit verbundenen Augen. Sieht gut aus, Henry, oder? Sieht super aus. Was? Ich sag, bewusst nichts. Das reicht ja, wenn es dich hört. Das Hose noch ein bisschen. Kommt ein Stück nach vorne, Regina. Die ersten 30 Sekunden sind schon um. Noch ein bisschen nach vorne. Nach links ein bisschen. Sehr gut. Bisschen nach links, Regina. Sehr gut. Und es ist noch eine Minute. Bisher fehlerfrei. Ohne hängenbleiben. Noch 30 Sekunden. Noch 20. Noch 10. Riesenapplaus für eine fehlerfreie Leistung. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Referenzwerte hast. Das waren 323 Durchschläge. Oh ja, okay. Ist gut? Gut. Sehr gut. Sehr gut. Absolut. Also Henry ist auch zufrieden. Also insofern, schauen wir mal, ob es am Ende reicht. Henry, bist du bereit? Ja. Ja? Was muss, das muss, Henry. Auch für dich. Zwei Minuten. Auf los geht's los. Das sieht gut aus. Gut und flüssig. Auch für Astrid Reinhardt eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Ein bisschen zurück, Henry. Das ist ja noch vorne. Eine Minute ist um. Ein bisschen nach rechts, nach rechts. Noch 30 Sekunden. Noch 20. Noch 20. Noch 10. Und die Zeit ist ab. Auch hier. Ja, das klären wir gleich. Also, wir schauen uns mal die Durchschläge an. Ja, Vincent, overall hast du natürlich in den zwei Minuten die meisten Durchschläge gemacht. Aber da du ja gesagt hast, du schaffst mehr als Regina und Henry zusammen, ist diese Herausforderung nicht ganz geklückt. Aber trotzdem muss man sagen, die 400 Sprünge von Vincent sind der Hammer. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt's die hier in der Mediathek und hier gibt's das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Also abonniert den Kanal und abonniert den Kanal. Umm,immung.